Norddeutscher Rundfunk 2021 Bist du alleine? Und du? Hast du was ausgefressen? Es ist das zweitbeste Zeugnis aus der ganzen Klasse. Ja, dann ist das nächste Mal besser. Ich bin eigentlich nicht so politisch. Svenja! Svenja. Warum gehst du an meine Hosentasche? Du bleibst hier, bis die Schachtel alle ist. Das ist für das Arschloch. Du, was bedien ich nicht? Bis morgen ist ja alles weg. Er kommt bald raus. Ach man, wie glaubst du denn, ich werde eine gute Mutter? Es gibt ja nicht wirklich viel, was du richtig gut kannst. Wie alt bist du jetzt? 15. Wenn du mich nicht wieder mitnimmst, erzähl ich meinem Vater, dass du mich an den Kopf schossen. Denkst du, du kannst dich hier einfach so durchschneiden oder was? Ey, entspann dich doch mal! Was ist los? Verpiss dich, Mann! Sie soll gehen! Ich bin abgehauen. Was ist mit deinem Alter? Ich hab dir eine Nachricht gelassen. Gibt mir zwei Arten, wie das alles weitergeht hier. Und ich werde dafür sorgen, dass diesmal nicht nur der Trick überlebt. Wie viel? Du kannst es nicht hören, du kannst es nicht sehen. Wenn du dich umbrichst, dann ist es zu spät. Wir sind in deinem Herzen, wir waren schon immer da. Wir sind in deinem Kopf, das ist jetzt klar. Du willst es doch rau, lass es raus. Was hast du, was in deinem Bauch? Hals! Hals! Alles wird sich ändern. Hals! Angriff!